Servus und hallo liebe Freundinnen und Freunde Bernd hier. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Pflanze. Der eine oder andere hat vielleicht darauf gewartet, wann denn endlich das Update zu Cryptostegia grandiflora kommt, dem indischen Gummivein. Diese Pflanze hatte ich im Frühjahr ausgesät. Da ist sie auch schön gekeimt und dann habe ich sie dementsprechend natürlich auch pikiert. Sie ist verhältnismäßig noch klein. Das heißt, sie hat vielleicht eine Sprosshöhe von 35 bis 40 cm. Für die Zeit, wo sie wachsen konnte, ist es erstaunlich wenig. Nichtsdestotrotz, sie ist schön am Wachsen. Wir sehen hier aber auch eine zweite Pflanze, die deutlich kleiner ist, die aber jetzt auch so langsam dabei ist, sich schön zu entwickeln. Die Blätter erinnern sehr stark an Oleander, was eben auch daran liegt, weil die Pflanze mit dem Oleander verwandt ist. Beides sind Hunsgiftsgewächse. Diese Pflanze hier wird vermutlich erst nächstes Jahr zur Blüte kommen, bildet eine schöne rosane Blüte, die auch von der Gestaltung her ein bisschen an den Oleander erinnert, vielleicht auch ein bisschen an die Wüstenrose Ardenium, die ja ebenfalls ein Hunsgiftsgewächs ist. Ich dachte mir, ich muss euch jetzt nach dieser langen Zeit mal wieder die Pflanze vorstellen, denn die hat sich ganz gut entwickelt. Ich finde auch das Blatt ganz hübsch mit dieser rosanen Blattader. Ich bin gespannt, wie sie sich weiterentwickelt. Ihr seht, sie ist zweitriebig gewachsen. Sie kann sich ruhig noch stärker verzweigen, vor allem weil hier kommt noch mal ein Seitentrieb. Hier kommt noch mal ein Seitentrieb. Sie kann ruhig ein bisschen buschiger wachsen, muss nicht als Kletterpflanze wachsen. Dann kann man sie auf jeden Fall kompakter irgendwo hinstellen. Dann rankt sie zwar auch noch, aber deutlich weniger überall rum und man kann sie dann im Winter wieder einfacher einräumen. Und da bin ich gespannt, ob sie den Winter gut überstehen wird. Bisher macht sie sich ja gut, aber der Winter wird noch mal spannend. Wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Hunsgiftsgewächse, dann schreibt es auch gerne hier in die Kommentare. Ansonsten Daumen hoch, Kanal abonnieren, bis zum nächsten Video und tschüss.